hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde sega mega drive mini heute mit dem blauen bomber nicht wirklich hat sonic nicht auch irgend so einen seltsamen beinamen gehabt ich weiß es nicht mehr egal mit dem der alex kit abgelöst hat 1991 das spiel das eine ganze generation von fans inspirierte der erste auftritt von sonic der hedgehog dieser spannende action kann mit nur einem knopf gespielt werden bis man zu den sprung passagen kommt ja 10 sie habe ich alle teile durch den letzten mit sehr viel widerwillen ich eigentlich gehofft habe das sagen her auch wirklich nur ein knopf drücken aber die barren auf dem start button was sonik ist halt auch vom design her finde ich teilweise ganz schön ließ weil die ersten paar level sind halt hier speed und schnell und haste nicht gesehen und dann plötzlich fangen die sprung passagen und denkst du so was und die meisten kinder haben halt bis auf die ersten paar level im wertkauf damals fast nichts anderes gesehen was war das mies die mucke ist mega ich habe das auch irgendwann mal auf der wir als es damals auf der virtual konsole rauskam irgendwann mal gekauft aber das ist nichts wo wo ich dahin so geil mega will ich mehr davon ich glaube ich habe heute schon mehr als einmal gesagt warum bin ich froh dass ich kein kein seger kind war da hätte ich mir nur selber leid getan so ein kürz für die gamecube fand ich gut sonst alles eher so mehr ich habe eigen ich habe nicht ein sonic game außer halt was hier irgendwo tolle konsole ist oder sowas dieses neuere sonic ding soll doch wohl ganz gut sein aber ich sag mal die die 3d teil die müssen ja wirklich hölle ohne ende gewesen sein gerade für die fans die stelle hier fand ich auch toll kriegst die unbesiegbarkeit aber wenn du wohin fällst wo keine stacheln sind mit der unverwundbarkeit dann dann genau fällst du durch den boden das ist awesome nicht ich habe auch nie verstanden dass mit den ringen ist es scheißegal wie viel du hast wenn du getroffen wirst verlierst du alle was da war bei landstalker wo seppo sich durchgequält hat da fand ich die mucke auch so richtig catchy fand ich richtig mega in dem schaugarten pokémon in billig da ist doch was du 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 Ja, das finde ich auch toll. Nein. Was soll das? Fuck. Oh, Gründe wichtig. Oh. 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 Das ist schön aus dem Takt. Fuck. ist eigentlich soll ich das gambo und gambo war nur continue was dies war einfach mega süß ich glaube dafür wer war ich einfach die falsche zielgruppe ich muss auch sagen irgendwie ich finde mario wesentlich geiler auch wenn es nicht so schnell ist aber das rauscht nicht einfach nur alles war dir vorbei zumindest halt hier in den ersten level ist jedenfalls man schaue da mal reinschauen willst nein das war moggi habe ich das glaube ich mal gesehen der mockerich nach überlegen ob wir illusion of time nach harvest moon auf dem super nintendo spielen ist ja nichts mit drauf springen und dann habe ich wenigstens meine aufnahmen und kann mir mehr gedanken machen wegen dem vertonen von illusion of time der es zwischen den jahren wegen krankheit der nicht geklappt hat das einmal durchzuzocken um die ganzen text und so weiter zu haben dass ich mich da endlich mal dran setzen kann aber das projekt ist auf jeden fall nicht der ich mag moggi auch ich werde auch irgendwann hatte auch kaum eine sau gekannt bin ich war über den gestorben hat auch kürchen pasta gemacht also ganz leise ins mikrofon gemuschelt das war knapp das war noch zeiten moggi würde ich ja auch extrem gerne für wenn es nur kameo ist in dem vertonungsprojekt haben ja genau der moggi was muss ich denn machen wenn ich renne dass ich kreissege kann man doch garantiert durch die wand brechen so wie das aussieht ach leck mich gehe weiter das problem ist halt nur den du zu erreichen ist gar nicht so einfach ernsthaft ich schaffe da wieder bis hoch zu kommen aber bei sonic muss ich sagen finde ich auch das sound design immerhin on point was ich bei einigen der teile von vorhin nicht so wirklich sagen kann dieses das klingt klingt ich wie ein schlaggeräusch ist aber hier dass das geräusch wenn du ein ring sammelst das finde ich persönlich sehr gut gewählt das sollte man mitnehmen weil hier kann man glaube ich der boss robo sneak langsam ich kann sagen jetzt dürften doch eigentlich den bart sprengen wie würde ich so feiern landsgut feiern ja auch sehr wust und rot wird ach ja deswegen habe ich seppow und melin ja auch gefragt ob sie mitmachen wollen weil das soll also kleine homage werden dann die leute die ich gerne gucke lockere werbung mit denen machen oder sowas genau ab hier fängt jetzt an finde ich nicht mehr sonic zu sein weil jetzt fängt das platforming an wo man jetzt gerade auch bemerkt hat ja der speed fängt jetzt an tödlich zu werden die sprungweiten sind sehr schlecht gewählt hallo kanzentier hallo kanzentier deswegen das fühlt sich halt einfach finde ich sehr nach verarsche an und das stört mich an 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 sonic an so vielen ecken ja ich sage mal ich hätte hätte absolut nichts gegen alter gegen das platforming hier aber daher diese diese steuerung von sonic so träge ist das hast du denn jetzt versenkt großer das hdmi kabel weil dieser eine blog da oben der nicht runter fällt aber wo wenn du blöd springst genau das passiert und das hier ist halt so dieses ja oder das wo muss ich hin zack schon wieder den timer vergessen da kommen wir machen das leben noch fertig dann soll es gut sein weil no continue finde ich so frustig das verstehe ich halt hier in dem game auch nicht dieses wollt ihr nicht dass die leute das durch zocken ich habe auch schon sehr viele spiele gehabt die nicht wirklich die schwersten auf der welt waren aber die ich direkt hintereinander mehrfach durchgezockt habe einfach weil so ein bock gemacht hat und dieses überleben einfach weil ich den level kenne ist out also das internationale pfangkuchen zeit was ich glaube den level habe ich auch noch nie gepackt schon weiß doch jeder ok weiß ich nicht aber jetzt weiß ich es dann gibt es bei mir kein fangkuchen sondern waffel auch um Ganz Profi-Essen während des Streams. Was? Haben mich gerade dem seine wegfliegenden Teile gekillt? Dann sollte es auch mit Sonic gewesen sein. Ich glaube die meisten Leute, die dieses Spiel nicht in der Kindheit hatten, sind nicht weiter als dieses Level gekommen. Auch wenn es mich interessieren würde, ob es danach vielleicht auch wieder ein paar Level gibt, die Fixer sind. Naja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen und in den Kommentaren eure Meinung zu dem Spiel da lassen oder über meinen Spielstil lästern. Das bleibt euch überlassen. Auch gerne auf den Abo-Button hauen. Ich bin Katka, ich bin Sponhaar von der Rolle. Haut rein!